Hallo kleines Baby. Sind sie wach Kosmos? Hm? Ja? Was hast du vor? Raus zu gehen? Hm? Wo ist Apollo? Apollo. Okay. An seinem Platz. Wie immer. Das ist schon mal gut. Ah, Porche. Wir sind in Italien angekommen. Im Südtirol. Interessiert dich das? Oder interessiert dich nur Bauch hier putzen? Dann. Cosmo. Interessiert dich das? Ja? Willst du spazieren gehen? Ist aber ganz schön warm draußen. Trotzdem, ja? Okay. Apollo. Willst du spazieren gehen? Nein? Okay. Gut. Erstmal Bauch hier putzen. Klar. Apolli. Apolli. Wir gehen jetzt mit Cosmo spazieren. Ist das okay für dich? Ja? Oder wolltest du mitkommen? Nein? Gut. Komm her. Komm hierhin Platz. Nein, nicht hierhin. Hier. Ja, ich beeile mich. Okay. Ja, ich beeile mich. So? Okay. Mach doch nicht alles wieder dreckig, was er sich da geputzt hat. Mensch, jetzt muss er von vorne anfangen. Dass es Herr FSK 18 könnte, was er hier macht. Nein. Gut. Es geht noch von der Luft. Na, es ist schon sehr warm. Los. Na, los. Gucken wir uns mal an, was da draußen los ist, ja? Wir gehen da lang. Wir fahren ja nicht so schnell. Hier ist aber auch viel zu viel Sonne. Komm, wir gehen da lang. Komm. Komm. Na, ich weiß, du willst da zu der Wiese. Sollen wir? Sollen wir da zu der... Komm, komm. Komm hierhin. Komm. So, hier können wir ein bisschen spazieren gehen, ja? Ist hier gut? Ui, da sind Menschen. Sollen wir trotzdem da hingehen, oder? Aber nicht da hingehen. Nein, nein. Da ist schon... Siehst du, wie gefährlich die Strömung da ist? Das geht nicht. Nein. Was ist, Katze? Gehen wir zurück? Ui, wie ist denn da? Komm. Komm, gehen wir. Komm, bei Fuß. Nein, nein. Nicht da. Komm, hierhin. Gehen wir wieder rein, ja? Du bist hier richtig? Gut. Cosmo, wer ist da? Mach die Tür zu. Mach die zu. Was willst du machen? Siehst du, die geht nicht mal ganz zu. Kommt der raus? Nein. Warum nicht? Nein, nein. Ich weiß nicht, ob er das... Ob er das nicht mit irgendwas verwechselt hat, diese Tür. Na? Meinst du, er kriegt es auf? Ist er denn da schon? Na ja, die Tür bewegt sich zumindest. Nee. Das Kätzchen da, es futtert. Es ist super laut hier. Wir stehen direkt an der Straße. Aber irgendwas röschelt doch da. Meinst du, er hat sich verirrt? Ich glaube, er wollte ja schon da rein. Er wollte schon da rein, ja. Aber meinst du, er hat sich jetzt da drin verirrt? Nein. Hallo. Was machst du hier? Hä? Bubi. Bub. Cosmo. Was macht dein Bruder da drin? Soll ich wieder zumachen? Ich mach zu. Fertig. Vorsicht, der klemmt hier gleich die Whiskas ein. Jaja, hör besser auf mich. Ist es eigentlich das, was sie den ganzen Tag machen, wenn wir nicht da sind? Mit der Schranktür spielen? Nee. Kommt er jetzt raus. Ich mach wieder zu, ja? Achtung. Ich mach zu. Gott. Kannst wohl selber aufmachen, oder? Wir haben gerade umgeparkt und ich war auch schon mit Cosmo spazieren. Jetzt geh ich mit Apollo. Marcel wartet nach draußen. Cosmo will diese Blume bespielen. War sehr aufgeregt. Wir haben sehr schöne Bilder gemacht draußen. Aber, sag mal, Aposi, du wolltest doch raus. Jetzt willst du fressen, oder was? Das geht aber nicht. Doch, natürlich geht das. Hunger oder raus? Was denn jetzt? So, Kätzchen, hier können wir spazieren. Guck mal, wie viel Platz du hast. Hier ist nichts, außer Papi mit meinem Hut. Komm. Kätzi. Gehen wir ein bisschen laufen. Naja, Polly muss sich erstmal einfinden. Guckt, ob das Wohnmobil da noch steht. Ja, steht es. Okay. Jetzt kannst du doch laufen. Oder brauchst du erstmal Orientierungssinn? Ob hier auch wirklich keiner ist? Hm? Katschi. Komm. Genau. Gehen wir mal ein Stück. Gucken, was da vorne ist. Und wie du siehst, ist da vorne gar nichts. Absolut. Nur eine schöne Aussicht. So, wir müssen eigentlich nur Apollo folgen. Er möchte nämlich zurück ins Wohnmobil. Nicht so schnell, Katschi. Ja, es ist eben hier auch zu laut einfach. Viel zu laut, ne? Wegen dem Fluss, wegen dem Autos, da hinten. Wir müssen irgendwo tief in den Wald, aber geht schlecht, wenn man in den Bergen ist. Kosmos, hast du diese Blume mitgebracht? Diese hier? Ja, warum? Was wolltest du? Apollo? Was denn? Was willst du mit der Blume? Riechen? Riechen? Apollo, was willst du mit der Blume? Auch mal riechen? Riecht gut? Okay. Aber die ist ja nicht essbar, das wisst ihr doch, oder? Katschi. Weißt du das? Weißt du nicht, ne? Bup, 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 bup. Dip, dip. Du? Bup, dip. Aua. Hey. Nicht so aggressiv. Du? Bist du auch so aggressiv? Hm? Katschi. Ich schmeiß die Blume jetzt weg, okay? Katschi. Ja, mach ich. Ich schmeiß die weg. Na, Polly, wolltest du sie haben? Oh, riech nochmal dran, dann schmeiß ich sie weg. Einmal weg vor der Tür, bitte. Danke. So, die Blume ist jetzt weg. Die ist weg.